Diejenigen, die forschen, sind am längeren Hebel, weil sie sagen, wir haben da so viel Geld reingesteckt, jetzt wollen wir auch etwas retten und wir sind denen ausgeliefert, weil wir alle das Gegenteil nicht beweisen. Also finden Sie das in Ordnung? Ja, finden Sie es in Ordnung, wenn man einfach nicht forscht. Sie müssen nicht anfahren, jetzt kommt gerade der Bundesrat, Sie müssen einbrechen. Schönen Abend.